Jo, Spiele vorbei. Ajax gegen Tottenham, in Tottenham, also in London. Jo, ich fand das Game nicht so spannend. 1-0 für, also ich war ja an sich neutral, aber mit leichter Tendenz zu Ajax, da ich finde, die junge Wildmannschaft hat's verdient. Und sie haben 1-0 gewonnen, auswärts, Auswärtstore sind wichtig. Sprich, Tottenham muss 2-0 gewinnen. Oder 2-1. Ja, 2-1 reicht. Tottenham muss 2 Tore eigentlich schießen, um weiterzukommen. Denn 1-Tor ist Verlängerung, 1-1 ist Ajax besser. Also 2-1 dürfen sie gewinnen, 2 Tore brauchen sie eigentlich. Jo, woran es gelegen hat, also ich würde sagen, Tottenham fand ich halt nicht so konzentriert. Tottenham hat nicht so konzentriert gespielt. Viele Fehlpässe habe ich gesehen. Die Fehler von Ajax nicht genutzt. Also, ja, haben sie nicht so gut. Aber Ajax fand ich halt auch nicht so krass gespielt in den heutigen Spiel. Tottenham hatte halt viele Fehler und Ajax hat die auch nicht genutzt. Es waren mehrere Möglichkeiten da, wo man übelst gut durchspielen hätte können. Wurden nicht genutzt. Dadurch nur 1-0. So wie ich sag, Ajax hätte den Deckel zumachen können. In dem Spiel. Haben sie nicht. Jetzt heißt es auf ein gutes Rückspiel. Dann hau da rein.